Ein Kompromiss zwischen Alltagsnutzen und Rennsport kommt aus Garching bei München. Die MGMBH will mit der BMW M3 Limousine den perfekten Spagat zweier Charaktere schaffen. So kann theoretisch nach dem entspannten Einkauf im Supermarkt auf der Rennstrecke Gas gegeben werden. Ein 3-Liter-Sechszylinder-Biturbo zwischen vier Türen und fünf Sitzen sorgt für eine Leistung von 431 PS und 550 Nm Drehmoment. Dank eines Siebengang-Doppelkupplungsgetriebes erfolgt die Beschleunigung mit Launch Control innerhalb von 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Das Fahrwerk verspricht auf kurvigen Landstraßen den ultimativen Fahrspaß. Der BMW M3 kostet mit einem Grundpreis von 71.799 Euro rund 500 Euro weniger als sein baugleicher Bruder, der BMW M4. Wer also mehr Stauraum für weniger Geld möchte, wird sich im Viertürer wohlfühlen.